ARD Text im Auftrag von Funk Gut... Hallo und herzlich willkommen zum Star Sempire at War Online mit dem... Meister Gaming Ade! Uuuuh! Und zwar mit dem, äh in dem... Dritten Versuch! Genau, weil die ganze Zeit ist nämlich entweder das Spiel abgekackt oder der PC abgekackt. Ja, wir spielen auf Felusha Raum... Raumkampf... Ja, wir beide Imperium, zweimal KI Rebell und zweimal KI Konsortium. Uuuuh... Ja, wir wissen ja schon, was das wird, ey. Ja, wir hatten's ja gerade eben schon mal, ne? Ja... Und ich möchte hier auch nochmal erwähnen, falls ihr verschiedene Sichten sehen wollt... Äh, geht einfach auf die Sicht von Meister Gaming HD sehen wollt, dann geht auf seinen Kanal und guckt das... Wollt schon grad die roten Flieger anklicken... Hehehehe... Und wenn ihr seine Sicht gucken wollt, dann schaut bei ihm auf dem Kanal... Wohl das 2000 Upgrade! Moment... So... Ich will jetzt hier erstmal diese Kack-Station bauen... Die Minen... Die Minen, genau... Ach, da ist diese... Da ist diese... Asteroiden... Äh... Station in der Mitte... Genau... Ich dachte da wär... Ich dachte da wär was tolleres in der Mitte... Bereit für eure Befehle, Sir! Und da sind schon die X-Wings... Ohohohohohohohoho... Ich find deren Stimme sogar äh... Ja, wie alt ist das Spiel jetzt eigentlich? Äh, 2005 ist es glaube erschienen oder so. Genauso wie Battlefront 2? Ich weiß es nicht. Weil... Ist ja schon ziemlich krass eigentlich. Ach, die gegnerische Raumstation wurde grad aufgerüstet, oh scheiße. Nicht unsere! Eine gute, ne? So, ich mach mal hier kurz nen Minen-Upgrade. Zerstört die Mine da mal, Freunde. Ist das jetzt eigentlich... Ne, ist das nicht. Jetzt zerstört die da mal, Alter. Raumstation aufgerüstet. So. Ich hol Bova wieder und die... Ja, ich hol grad auch schon Bova. Oh, jetzt nerven die da schon wieder, Alter. Kannst du mal deine eine Staffel da zur Raumstation schicken? Äh, was, was? Ja, die nerven da grad ordentlich äh... Unsere Raumstation. Die sind doch jetzt weg, ey. Was wollen die schon anrichten? Die Mine und die Station in der Mitte ist ja eigentlich wichtiger. Ich bin an dem hier dran. So, Bova Fett... Brauchte ich. Erfasse Ziel! So, und zerstört den da mal, ey. Der soll nicht unsere Dings einnehmen. Guten Tag! Neuer, freundlicher Bova Fett hier. Und die X-Wings werden dezimiert. Bova Fett will mitmachen im Kampf. Peng, 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 peng. Mach der einmal! Ich bin getroffen! Dann ist er bei... Oh, boah! Verstankung unterwegs! Verstankung unterwegs! Verstankung unterwegs! So, ich hab mir jetzt nur mal ein paar Teistaffeln geholt. Ja, vier Stück. Ein paar Akklamatoren und Tauntorn. Ja! Du bist schon gerufen. Oh, ja, ja. Das wird ja super. Habt ihr einen Auffall für mich? Ich hör alles bei ihm. Oh, hu, 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 hu. Information! Rednerische Raumschutz wollen wir da auch nicht. Ui, 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 ui. Das will ich aber nicht. Rökel vor zum Ziel! Kreuzer Olo-Station wird angegriffen. Ei, ei, ei. Ich hab da überhaupt nicht. Da hol ich mir dann auch mal was. Alle Jäger! Angriff! Können wir den jetzt auch mal zerstören? Oh, warum hab ich das gemacht? Verlönt. So. Ähm. Ähm. Ich das mal. Es bleibt ja super. Warte, ich hab einen zweimal Boss, ey. Ich dreh durch. Kreuzer Online! Ich hör alles bei ihm, ey. Das ist ja schrecklich. So, einmal hier alle weinen in der Mitte. Was hörst du alles? Ich hör alles von dir. Alles klar. Ja. Du bist einfach gemutet, aber ich hör dein Spiel. Ah. Mein, was? Wie kannst du mein Spiel hören? Hä? Das verstehe ich gar nicht. Wie kannst du mein Spiel hören? Die Schilder können uns von diesen Asteroiden nicht schützen. Fack, nicht mich. So. Aber wir haben das Ding in der Mitte. Die Station beschädigt. Gericht an. In Behaltschaft. Gegner Gesicht in den. Zeit hier. Für das Imperium. Okay, das ist gut, dass wir das Ding in der Mitte haben. Äh, jetzt müssen wir nur noch reparieren. Äh, holst du das nächste Upgrade? Ja, kann ich mal haben. Gut. Dann hol ich... Warte, dann röst ich auch so mal die Station mit ein paar Upgrades auf. Ne, du röstest die Jäger auf. Echt? Da sind die Jäger auf? Ja, du musst dir das durchlesen. Ist mir doch jetzt egal, was das ist. Melde mich wie befohlen. Die Schilde können uns vor diesen Asteroiden nicht schützen. Eure Befehle ist ab. So. Aufrüstung nach dem Standgriff. Dein Ziel. Mhhh. Oh, hallo A-Wing. Mein Boba freut sich auf dich. Becker! Was bist du? Alter, was ist das denn hier? Das hört nicht zu der Raumstation. Scheiße. Ey, kannst du da unten mal irgendwie für ein bisschen Freiraum oder so sorgen? Dann kann ich da vielleicht Acclamator-Unterstützungen schicken. Ich kann da nichts machen, da ist die verdammte Raumstation. Oh, scheiße. Was ist denn da? Wie bitte. Was ist das denn da? Das ist die Frage. Wie bitte. Was ist das denn da? Das ist das Berlinn, das ist die Mensch. Das ist seit 1. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Nix, hier kommen nur ein paar... Oh, hallo, Fraun! Paar nervige... X-Wings Ja, nicht nur X-Wings Oh, Raider Sie nähern sich schnell Bitter meine Fresse, dieser Admiral da unten, der geht mir aber wirklich auf den Sarg Burba Fett, hau ihm eine rein Macht das so, macht das so wie die Sternzerstörer in Episode 4 So, ihr, ihr verfolgt den nicht, ihr geht zur Basis um zu beschützen Den sollten wir eigentlich nicht zuerst ausschalten Ein Konsortium, oder? Ja, keine Ahnung Keine Ahnung gibt's nicht Ey, die zerlegen uns hier grad in der Mitte, die Station, ne? Ja, ich schick die nach oben Äh, ich hab den Haut ab Oh! Jetzt seh ich's aber erst, wie heftig das da ist Den... kernel Den... Den Den... Den... Den Everything Beschütz diese verdammte Station da, oder, ich hau euch eine rein Fraun... Fraun, ich habe sie ausgewählt, mein Freund. Du sollst dich damals für der hässlichen Station begeben und ihn mal beschützen. Ich würde sagen, wir holen das Konsortium zuerst raus. Ja, von mir aus. Hol dir all deine Schuppen und bring die da jetzt hin. Zweimal Fraun, das passt. Ja, ich habe das Konsortium gefunden. Ja, sie sind oben rechts. Oh, ich rotte jetzt hier mal kurz schnell diesen Admiral aus. Der nervt mich hier unten. Die haben in der Mitte die Station übernommen. Ja, gut, nee, dann werde ich die erst mal zurückholen. Jetzt ist er zerstört. Ja, es geht auf. Ja, es geht auf. Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Peng 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 Throns Begleitfregatte ist eingetroffen Gepäck bereit Alter! Scheiße! Ich glaube das war deren Superwaffe Ähm Das Kampfschiff sollten wir vielleicht ausschalten Kampfschiff? Ja da oben! Meine Sicht ist verstärkt Oh! Ja! Oh! Oh scheiße! Oh! Die mieseste Waffe aller Zeiten! Wirklich ein Kreuzer Ja unsere Raumstation wird angegriffen Ja unsere Raumstation wird angegriffen Es gibt wichtige Sachen als das Zerstört diese Nein das ist der falsche Diese scheiße Oh! Oh! Ich möchte nicht dass Tavis denn seine scheiß Waffe aktiviert Ihr benötigt meine Fähigkeiten Okay Die haben auch noch eine Spezialwaffe für die Raumstation ne Ich mach die Ja Ja Nein 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 Prozent vor Ort gegen diese Schiffe ja gut und oder gefeiert gut geht ja so ich schreibe dreimal oder 1, 2 mal! Was ist das? Alter, so schnell sie... Scheiße, Alter! Nur noch dein Frontman! Alter, ich... Wie ich gerade durchgedreht bin... So, Alter! Was geht da alles auf die Kreuze drauf? Ja, also... Mein Throne war's das jetzt auch, ne? Alter, wieso waren unsere beiden Runden zuvor so gut? Jetzt packen wir rein wie sonst! Alter, ich baue jetzt Sternzerstörer wie sonst was! Oh, wir haben ja auch noch Piet! Oh, ja! Die Sache ist... Wir brauchen Geld! Wir müssen eigentlich die ganzen... Ja, wir müssen eigentlich mal die ganzen Minen zurückholen! Weißt du, wir können das jetzt folgendermaßen machen... Wir können jetzt die Rebellen und die Sen-Konsortium sich betteln lassen und wir bauen uns nur Verteidigungen auf! Bereit! Und dann holen wir uns die Minen zurück nach Mammoth Richtig! Ich habe bereits einen Plan! Weil das, was da oben abgeht, ist nicht geil! Weil das, was da oben abgeht, ist nicht geil! Meiner! Woher ziehst du dein Geld?! Sternzerstörer hier! Machst du Steuerhinterziehung oder was?! Zweiter Sternzerstörer ist auch da! So, ich nehme jetzt meine Einheiten und hol mir die verdammte Minen! Oh, die Superwaffen, die kommen auf uns zu! Sie ist kommen! Wir werden sterben! Alter! Sie kommen uns holen! Bereit für eure Befehle, Sir! Mann, was kann man denn nur noch holen?! So ein Broadside-Kreuzer! Jetzt wird unsere Mine oben! Alter! Da kommen die! Scheiße! Kommt zum Teilbomber auf! Die Superwaffe drauf! Die Spezialwaffe natürlich! Dann bringt die denn auch nichts mehr! Oh, fuck! Die Spezialwaffe drauf! Rauzer Kreuzer rein! Ich hab ihn da! Ich hab ihn da! Primärziel erfasst! Alter! Verdammt! Was geht hier?! Junge! Ich hab doch keine Ahnung! Wo sind die anderen? Einsatzbereit! Da kommt Tyler-Zen! Zilde fast auf null! Gebt mir Dekum! Achtet auf freindliche Schilder! Oh, verdammt! Alter, der bringt die Sternzerstörer auch nichts! Kommt schon ihr... Ihr 4-Tai-Bomber! Mach Tiber-Zen kaputt! Bitte! Er ist im Nebel! Er kann nichts machen! Ziel bestätigt! Zerstört seine verdammte Spezialwaffe einfach! So! Broadside-Kreuzer! Guck mal! Ne! Bleibt da oben! Und... Fahrzeug wird produziert! Exemplate! Bombergeschwader-Ginger! Wie lautet eure Analyse? Der Tod erwartet! Oh, Alter! Wir müssen ein Comeback machen! Alter, dein Thron! Der hat's grad noch so überlebt, ey! Ja, die Spezialwaffe ist down! Ja, Mann! Von Typer-Zen! Da ist schon wieder... Oh, da ist noch einer! Ah! Keine Angst! Wir holen die einen nach dem anderen runter, okay? Okay! Okay! Vertrau mir! Das kriegen wir hin! Auch wenn unsere Station grad ziemlich am sterben ist! Kriegen wir hin! Nein! Ich war jetzt gell ich auch auf Piet oder so! Scheiß! Geht nicht gut, ey! Was... Nein! Mann! Nein! Piet! Piet! Rett uns! Scheiße! Mann! Alter! Was ist nur passiert? Was passiert hier grade? Warte! Ich hab doch keine Ahnung, Alter! Alter! Nein! Alter, hast du kein Geld oder so? Ich war auf Piet! Und Einheiten hab ich auch nicht mehr! Ich hab nur zwei Teilen gespart! Nein! Ja, komm! Ey, jetzt kommen die Rebellen auch noch! Ohhhh! Natürlich mit Mon Calamari oder was? Ey, das ist verloren für uns! Gibst du? Wir sind einfach zu scheiße für das Spiel! Nein, wir hatten doch grade zwei gute Runden! Was ist das? Alter, was ist mit den Rebellen? Ob die Serienkonsortium nur passiert? Die waren doch grade eben zum Drain-Half-Card! Komm, 1000 Credits brauche ich noch! Dann kann ich uns vielleicht noch retten! Vielleicht aber nur! Und das ist ein großes vielleicht! Oh, Piet nicht sterben! Sie ziehen sich zurück! Sie ziehen sich zurück! Sie ziehen sich zurück! Oh nein! Nevermind! Nevermind! Tabersense schießt gerade so drauf! Komm, komm! Ja, Piet! Komm! Piet! Wir brauchen dich! Nein, mein Piet! Störst du gleich! Aber dein Freund lebt noch! Wir werden nur noch gesünder, nur noch mal zu gingen auf der Fangstall! So, Tabersense störe ich gleich hoffentlich! Ah, da kommt der nächste vom Sen-Konsortium! Hohohohoho! So was ist nur los! Und die haben Admiral Ackbar! Fuck, den Namen hätte ich vielleicht nicht sagen sollen! Wir brauchen dich! Die Ionen-Panone hätte auch gefallen! Da komm, Piet! Brauch dich! Du bist doch so ultra sexy und geil! Piet! Jetzt komm, Piet! Komm, hol dir Talber-Zen! Fick ihn! Fick ihn! Fick ihn! Ah! Komm, Alter! Hau Talber-Zen da oben weg! Ich kann auch keinen Fangstall gegen ihn machen! Was ist das? Ach, du Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, unsere Raubstation! Unsere Raubstation! Nur noch die Turbo-Laser! Nein! Nein! Wir sterben! Piet kann uns auch nicht mehr retten! Ich hab mich zu sehr auf die Typen hier unten konzentriert mit meinen zwei... Warum?! Was machst du da unten? Die sind doch da oben! Was siehst du da? Ja, weil hier unten auch ein Talber-Zen war! Oder eines seiner Schiffe mit einer Spezialwaffe, besser gesagt! So, ich stört ihn! Oh ja, Talber-Zen hat all seine Waffen verloren! Alter! Woll ich dich nur noch klauen oder so? Ja! Alter, wir machen Minus-Credits! Ich mach Minus-Credits! Zerstört, wenigstens bitte noch teilweise sein, dann bin ich nicht leer ausgegangen! Auf den Schildgenerator! Und dann auf den Antrieb! Ja, geil! Raubstation ist auch so gut wie kaputt, ey! Oh! 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 Wie bin ich neben dir! Oh nein! Pete! Pete! Ich wurde von Staff einfach gestartet und hintergeholt! Oh nein! Jetzt bin ich von vorne! Nein! Und dann ist es so gut! Die Protonen! Oh! Scheiße! Alter! Alter, die Verluste, die haben ganz schön viel kassiert und uns richtig in die Fresse gegeben, oh, Alter. Ey, die haben aber mehr Verluste kassiert als ich. Alter, aber gelohnt hat es sich, Alter, das war Spielspaß. Scheiß drauf, ey, wir haben es noch verloren, aber, Alter. Wir haben eine Aufnahme im Kasten. Alter, wie viel haben wir rausgehauen? 35 Starfighter-Geschwader habe ich von Typhazen rausgenommen. 3 Zerstörer der Aggressor-Klasse, 2x Typhazen, 3x Bus-Kroßgehung, Alter. Ich habe auch 2 3 Zerstörer der Aggressor-Klasse und... Ja, es wird aufgezeichnet, was wir insgesamt zerstört haben. Und links ist das, was du verloren hast, nicht ich. Ja, eben. Oh, nee, ey. Ich würde sagen, das war es mal. Ja, willst du jetzt irgendwelche Abschlussworte sagen? Das Spiel ist einfach nur geil. Es ist zwar alt, aber es lohnt sich. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und irgendwann, irgendwann die nächsten Tage, ich weiß nicht, wie es bei dir klappt, kommt auf jeden Fall noch mal eine Runde, wo wir hoffentlich gewinnen. Ich kann jeden Tag. Du hast Schule, ich habe Ferien. Ja, ich habe schon Schule, 10. Klasse. Ui, super. Ja, du bist halt in einem anderen Bundesland, das ist scheiße. Ja, das ist echt scheiße. Richtig pedolag. Ja. Aber ich würde sagen, das war es. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, guckt bei Meister Gaming HD vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie er gespielt hat, wo er seine Sicht hatte. Also ich muss sagen, ich habe so Metal-mäßig gespielt irgendwie. Das kommt halt darauf an, weil ich halt einfach übelst lange nicht mehr gespielt habe. Gut, gestern hatte ich so eine kleine Aufwärmungsrunde mit dir, aber... Ich spiele das Spiel irgendwie jeden Tag einmal ein bisschen kurz ein Gefecht, damit ich nicht aus der Runde komme, aber das war scheiße von mir. Ich habe das ungefähr seit einem halben Jahr oder so davor nicht mehr gespielt gehabt. Das ist klasse. Aber weißt du, die Map war auch ein bisschen komisch. Ja, weil die Stationen ungefähr gleich nebeneinander waren, weil die so dicht dran waren. Ja, und die Minen. Wir hätten mehr Minen gebraucht, dann hätten wir das geschafft. Ja. Wir nehmen nächstes Mal eine andere Map mit einem Comeback. Ja. Ansage, es kommt ein Comeback und wir hauen die weg. Trotzdem machen wir noch drei. Machen wir drei Fraktionen. Genau. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Gleiche KI. So, haut rein. Bis dann und tschüss. Tschüss.